Aber so viel Obst am Abendessen wegen der ganzen Fructose, das ist total ungesund. Wollte ich nur mal sagen, also so gesund ist es nicht, deswegen wundert man sich auch nicht, dass die... Du darfst nicht vergessen, stimmt, einer hat recht, das ist nicht abends bei dem. Also ich sag dir ganz ehrlich, also ich weiß nicht wie viel Obst der isst, aber mir kommt das echt sehr viel vor, das ist nicht, das ist kontraproduktiv.